Dieter Frey ist Lehrer und ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Vom 7. bis 13. Lebensjahr war Frey beim Oberallgäuer TSV Wigensbach, dem in seinem Geburtsort ansässigen Turn- und Sportverein, fußballerisch aktiv. Es schlossen sich drei Spielzeiten beim FC Kempten und vier beim FC Augsburg an, bevor er 1992 einen Lizenzspieler-Vertrag beim FC Bayern München erhielt. In seiner ersten Profisaison 1992-93 kam er in der Bundesliga jedoch nicht zum Einsatz. Sein Debüt gab er zur Rückrunde der Folgesaison, als er am 19. Februar 1994 beim 3-1-Sieg im Auswärtsspiel gegen den VfB Leipzig in der Startelf stand. Sein erstes Profitor gelang ihm am 12. März 1994 beim 3-1-Sieg im Auswärtsspiel gegen die SG Wattenscheid 0-9 mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 3-0 in der 69. Minute. In der Saison 1994-95 gehörte er als Mittelfeldspieler zur Stammelf kam nicht nur auf 27 Liga-Einsätze, sondern auch zu sieben Einsätze in der Champions League. 1995-96 wurde er im UEFA-Pokal-Wettbewerb sechsmal eingesetzt, kam aber in der Liga nur noch achtmal zum Einsatz, was ihn veranlasste zum Liga-Konkurrenten SC Freiburg zu wechseln. Nach nur einer Saison verpflichtete ihn der Bundesligist Werder Bremen für den er in vier Jahren bei abnehmender Einsatzzahl, bedingt durch eine Verletzungsanfälligkeit, nur 30 Spiele bestritt. Während dieser Zeit wurde er auch in acht Spielen um den UEFA-Cup und vier Spielen um den DFB-Pokal eingesetzt. Frey wechselte zur Saison 2001-02 letztmals innerhalb der Spielklasse, diesmal zum 1. FC Nürnberg, für den er zwei Jahre in der höchsten Spielklasse aktiv war und im letzten Jahr in der 2. Bundesliga dem Kader angehörte, aber sich nach einer Meniskus-Operation nicht mehr an die Mannschaft heranarbeiten konnte. Daraufhin beendete er nach zwölf Profi-Jahren 128 Erstligaspielen und acht Toren, sowie elf Spielen und einem Tor um den DFB-Pokal und 21 internationalen Pokalspielen seine Karriere. Am 29. Januar 1991 debütierte Frey in der U20-Nationalmannschaft, die in Maspalomas mit 3 zu 0 gegen die Auswahl Portugals gewann. Drei Tage später kam er in Las Palmas bei der 1 zu 2 Niederlage gegen die Auswahl Spaniens ebenfalls zum Einsatz. Sein letztes Länderspiel für diese Auswahlmannschaft, die am 23. Januar 1995 in Maspalomas mit 1 zu 4 gegen die Auswahl Portugals verlor, krönte er mit seinem einzigen Tor im Trikot des DFB. Frey bestritt 1993 fünf Spiele für die U21-Nationalmannschaft, wobei er sein erstes am 23. März in Baunetal im Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 1994 beim 8 zu 0 Sieg gegen die Auswahl Irlands bestritt. Es folgten die Länderspiele gegen die Auswahlmannschaften Dänemarks, Griechenlands, Dänemarks und Spaniens. Erfolge Deutscher Meister 1994 mit dem FC Bayern München UEFA Pokalsieger 1996 mit dem FC Bayern München DFB Pokalsieger 1999 mit Werder Bremen DFB Jugendkicker Pokalsieger 1991-1992 mit dem FC Augsburg Sonstiges Nach dem Karriereende nahm Frey ein Mathematikstudium an der Universität Erlangen auf. Des Weiteren ist er als Betreuer im Fußballkindergarten des 1. FC Nürnberg tätig. Seit September 2013 ist er Lehrer für Mathematik, Wirtschaft und Recht an der Bertholdbrechtschule Nürnberg. Nach dem Karriereende nahm Frey ein Alk- und Spanierkopfschule Nürnberg. wny WDR